Ich habe euch hier an dieser Stelle schon oft über das Facebook-Datenleck berichtet, über das Deezer-Datenleck. Aber was hier noch nicht stattgefunden hat im größeren Stil, ist ein Bericht über das Twitter-Datenleck. Das stellt aber so ziemlich alles in den Schatten, was bislang da gewesen ist. Und jetzt gibt es ein erstes Urteil zugunsten eines Nutzers. Das Landgericht Freiburg hier in Deutschland hat einem Nutzer Schadenersatz zugesprochen, weil er Opfer des Twitter-Datenlecks geworden ist. Ich zeige euch, was für Daten, und es sind hunderte Millionen an Daten, da betroffen sind und wie ihr Geld bekommt. Und zwar auch ohne Rechtsschutzversicherung und Geld direkt. Also nicht erst lange prozessieren, sondern es gibt Direktknete. Ich zeige euch, wie in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Sormeke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln. Und ich danke euch für eine Million Abonnenten. Jeder, der dieses Abo-Knöpfchen gedrückt hat, danke, danke, danke dafür. Ja, ich habe euch schon in der Vergangenheit häufig genervt mit dem Facebook-Datenleck, mit dem Deezer-Datenleck und, und, und. Aber das, was hier bei Twitter stattgefunden hat, übertrifft fast alles an Datenlecks, was es ansonsten noch gab. Ende 2022 gab es eben die Veröffentlichung von 400 Millionen Datensätzen der Nutzer. E-Mail-Adressen, Telefonnummern und, und, und. Da waren sogar so Prominente dabei wie Donald Trump Jr. Und das Ganze wurde Elon Musk zum Kaufangebot. Man hatte dann, als die Hacker hatten dann gesagt, Ja, du willst doch nicht die 265 Millionen Euro Strafe zahlen bei den irischen Datenschützern wie etwa Meta. Das willst du doch günstiger haben. Und Musk scheint aber nicht gezahlt zu haben. Denn der Verkäufer, ein Hacker namens Ryushi, der hat das Leck dann öffentlich gestellt. Er sagte, die Daten stammen aus dem Leck aus 2021. Und es gab schon so eine erste Veröffentlichung im Juni 2022. Das waren aber nur 5 Millionen Daten. Und das Ende vom Lied ist, jetzt sind hunderte Millionen Daten im Web, im Dark Web abrufbar. Und der Schaden für die einzelnen Betroffenen ist natürlich riesig. Wie konnte es dazu kommen? Ja, Twitter hat das sogar selbst zugegeben. Es gab einen Fehler in der Programmschnittstelle, der API-Schnittstelle, womit man sich außen von Twitter andocken kann. Da konnte man durch Zufälliges ausprobieren. Von Handynummern an die E-Mail-Adressen auch privater X- bzw. Twitter-Profile kommen. Das heißt, Profile, von denen man normalerweise nichts wusste, kamen plötzlich dran. Man musste einfach nur so 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, also alle möglichen Handynummern ausprobieren. Plötzlich wurde alles zurückgeliefert. Accountname, Verifizierungsstatus, Wohnort, Liste der Follower, Favoritenliste, Profilbild und sogar der Geburtstag. Twitter hat es zugegeben. Die haben hier schon im Jahr August 2022 gesagt, ja, da ist was passiert, aber wir sagen, was genau passiert ist. Das kann man alles hier hervorragend nachlesen. Und das heißt, Twitter hat auch ganz offiziell gesagt, ja, ist Gartendatenschutzverstoß und ja, das Leck, das bestand fast ein Jahr lang. Aber sie sagen jetzt, die neuesten, diese hunderte Millionen, die stammen aber nicht aus diesem Fehler. Also das mag man kaum glauben, dass es da irgendwie noch einen zweiten Fehler gegeben hat. Fakt ist jedenfalls, das Landgericht in Freiburg, das hat das anders gesehen und Twitter jetzt aktuell Anfang Februar 2024 verurteilt. Und hat also ganz genau gesagt, dass man hier auch mit einem API-Fehler es zu tun hatte. Und ja, insofern man tatsächlich auch einen Schadenersatz bekommt. Da gehen wir gleich noch näher drauf ein. Aber das erstmal hier das Urteil Landgericht Freiburg aus entsprechend Februar diesen Jahres. Fakt ist, ja, wie bei allen Datenlecks können Kriminelle natürlich jetzt die Daten missbrauchen. Das Gericht sagt explizit in dem Urteil, bei diesen persönlichen Informationen, die es zu schützen galt, handelt es sich um sensible Daten, die insbesondere in ihrer Kombination geeignet sind, einen Twitter-Nutzer der sonst zulässigen Anonymität zu entreißen und von ihm veröffentliche Beiträge seiner E-Mail-Adresse und oder Handynummer zuzuordnen und darüber hinaus mit der verknüpften E-Mail-Adresse seinen Identitätsdiebstahl und Phishing-Attacken zu begehen. Ja, und das ist natürlich die große Schwierigkeit, dass man dann eben daraus einen Schaden erzeugen kann. Also, das ist der Fall. Und jetzt die Frage, wie kommt ihr an Geld? Da haben wir tatsächlich etwas Neues. Wir haben erstmal einen Datenleck-Checker. Den bekommt ihr jetzt hier über den QR-Code oder unten in der Caption. Und ihr gebt in unserem Checker einfach nur kurz eure E-Mail-Adresse ein, dauert wenige Sekunden. Und wenn ihr die dann gecheckt habt und betroffen seid, leiten wir euch an unseren Partner RightNow wieder. Und das Besondere ist, RightNow gibt euch sofort Geld. Das heißt, ihr müsst nichts durchfechten, ihr müsst nichts processieren, sondern die kaufen euch einfach euren Anspruch ab. Ihr müsst bei denen dann nur nochmal zur Verifizierung nochmal eure E-Mail-Adresse eingeben. Die kalkulieren das dann und geben euch unmittelbar Geld. Und jetzt schauen wir uns das Urteil nochmal an, was da ausgeurteilt worden ist. Da hat jemand wegen dieses API-Bucks bei Twitter, und wie gesagt, Millionen sind davon betroffen, Schadenersatz bekommen. Und euch interessiert jetzt hier der sogenannte Tenor. Und man sieht jetzt hier, Schadenersatz haben die ausgeurteilt in Höhe von 100 Euro. Na, sagt man natürlich jetzt, buh, ist ein bisschen wenig, 100 Euro. Ist das denn jetzt schon pralle? Gut, lassen wir über die Höhe gleich mal diskutieren. Fakt ist jedenfalls, was schon sehr, sehr spannend ist, das Landgericht Freiburg hat festgestellt, dass Daten ins Dark Web geflossen sind und dass die Nutzer ihre Daten damit verloren haben. Das heißt, der Schaden ist der Kontrollverlust. Und damit liegt das Landgericht Freiburg voll auf der Höhe des Europäischen Gerichtshofs. Der Verlust der Kontrolle ist schon der Schaden. Hat das der Europäische Gerichtshof jetzt nochmal festgestellt, steht auch im 85. Erwägungsgrund der Datenschutzgrundverordnung so drin. Und hatten die EuGH-Richter schon im Dezember schon so gesagt. Also das ist wirklich kein Zweifel, dass man sagen kann, der Verlust der Daten, der Kontrollverlust ist schon der Schaden. So, das hat das Landgericht Freiburg gesagt. Dann allerdings sagen sie, ja, der Verlust, ja, aber es muss noch zusätzlich eine Angst hinzukommen einer missbräuchlichen Verwendung. Und da geht uns das Landgericht Freiburg ein bisschen zu weit. Deswegen haben die den Schaden hier als zu gering eingeschätzt, dass sie gesagt haben, ja, wie groß ist denn die Angst vor einer missbräuchlichen Verwendung? Es gibt nur 100 Euro, weil sie sagen, die Angst ist nicht so groß bei einer E-Mail-Adresse. Die ist nicht so sensibel, die Daten wie Gesundheits- oder Kontodaten. Das ist schon ein bisschen merkwürdig, weil vorher hat das Gericht gesagt, ja, Kriminelle könnten die Daten missbrauchen und einen hohen Schaden anrichten. Aber dann sagen sie doch nur 100 Euro Schadenersatz, finde ich persönlich zu wenig in diesem Falle. Aber gut, da wird es sicherlich noch weitere Gerichtsurteile geben. Fakt ist jedenfalls, right now wird euch die Ansprüche direkt abkaufen und dann habt ihr da mit der Höhe überhaupt nichts mehr zu tun, sondern kriegt direkt etwas, wenn ihr betroffen seid. Das müsst ihr natürlich erst mal checken, ob ihr betroffen seid. Hier also unser Checker. Und dann werdet ihr entsprechend weitergeleitet. Meines Erachtens ist es gut, dass die Gerichte jetzt auch einfach verstehen, dass man für diesen Missbrauch der Daten Geld bekommt und dass sie dann entsprechend auch urteilen. Also das ist eine Sache, die wir schon lange hier fordern. Wir haben ja tausende Verfahren im Facebook-Datenleck geführt. Da geht es ehrlicherweise drunter und drüber. Mal gewinnen wir die Fallerfahren, mal verlieren wir die Verfahren. Wir warten gerade auf ein klärendes Gespräch vom Bundesgerichtshof. Das wird bei den Deezer-Datenlecks genauso aussehen. Und dann wissen wir, wie es um den Schadensersatz bestellt ist und wann ihr tatsächlich Schaden habt. Ob zum Kontrollverlust noch irgendwie eine Angst hinzukommen muss oder ob man nicht sagen kann, naja, durch den Kontrollverlust alleine hat man den Anspruch. Ich fand einfach nur schön, dass es jetzt eine Lösung für euch gibt, auch wenn ihr keine Rechtsschutzversicherung habt, direkt an Geld zu kommen. Checkt es mal aus. Ja, ist ein neuer Service. Und würde mich freuen, wenn euch das gefällt. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten. Bleibt gesund, liebe Leute. Danke, tschüss und bis dahin.